Ich würde gerne direkt in meine Präsentation starten, weil die habe ich vorbereitet und auf die freue ich mich auch. Deswegen möchte ich sie euch gerne auch präsentieren. Und zwar ist das unsere Agenda heute. Der Plan ist, dass wir uns heute einmal anschauen, generell selbstständiger, was braucht man eigentlich, wenn wir über finanzielles Management sprechen, das heißt Finanzorganisationen und so weiter, was gehört eigentlich dazu, was ist rechtlich vorgeschrieben, was kann man machen und so weiter. Dann würde ich das ganze Thema Kontenmanagement, Mehrkontenmodell und so weiter ansprechen. Wie funktioniert die ganze Geschichte? Es gibt wahnsinnig viele Modelle, das heißt, wenn ihr das googelt, wenn ihr Bücher lest und so weiter, es gibt unglaublich viele Modelle, wie man irgendwie Mehrkontensystem führt. Ich habe mich seit Jahren schon damit beschäftigt, natürlich irgendwie, ich mache das beruflich, und habe das mal so kondensiert zusammengefasst, um dann den gemeinsamen Nenner von allen Mehrkontenmodellen, die es gibt, vorzustellen, mit so ein paar Erfahrungswerten immer. Dann möchte ich unbedingt einmal über das Gehalt sprechen, das heißt, das persönliche eigene Gehalt, was man ja eigentlich nicht hat als Selbstständiger, aber wie man das idealerweise regelt. Und die große Frage, wenn ihr wisst, was ihr alles machen müsst, was könnt ihr davon gut selber machen, was müsst ihr selber machen, was müsst ihr eventuell abgeben, was sind die besten Lösungen, was sind die besten Tools und so weiter. Dazu vielleicht an dieser Stelle, ich habe jetzt keine extra Slide, wo ich mich vorstelle, ich möchte aber trotzdem an dieser Stelle einmal sagen, ich bin seit 14 Jahren selbstständig, das heißt nicht immer Vollzeit, aber von den 14 Jahren war ich mindestens die Hälfte, also sieben Jahre, ich glaube, es sind eher 8 Jahre Vollzeit selbstständig, das heißt, ich habe viele Jahre als Selbstständiger gearbeitet, das heißt, ich kenne den ganzen Pain, den man hat mit Buchhaltung, Steuern, diesen ganzen Ärger mit der Bürokratie, kenne ich am eigenen Körper und versuche euch da ganz viele Tipps mitzugeben, die ich in meinem Alltag gesammelt habe. Ich bin aber auch als Steuerfachangestellter gelernt und habe Steuerrecht und Wirtschaftsprüfung studiert, das heißt, ich kenne auch diesen ganzen theoretischen Hintergrund. Das heißt, ich versuche in diesem Webinar, euch sowohl das Wissen mitzugeben, also das theoretische Backgroundwissen und auch die, ich würde mal sagen, die Praxis aus der Steuerberatung, weil ich habe für viele, viele Mandanten Buchhaltung schon gemacht und weiß deswegen ungefähr, worauf man achten muss. Und natürlich auch so ein bisschen aus der Brille, was ist denn eigentlich praktikabel? Weil, das muss ich dazu sagen, viele Steuerberater denken nicht unbedingt immer an die pragmatisch sehr einfachste Lösung, sondern die haben natürlich auch immer irgendwie ihre Interessen im Kopf. In diesem Webinar soll es darum aber nicht gehen, da geht es ganz klar darum, was kann man pragmatisch lösen, wie kommt man eigentlich zum Endergebnis, weil ehrlicherweise auch das gehört dazu, kein Unternehmer wird Unternehmer des Jahres, weil er eine tolle Buchhaltung gemacht hat oder ein tolles Finanzmanagement gemacht hat. Das ist nicht das, wofür Selbstständige quasi ihre Lorbeeren holen, sondern es ist halt das Eigentliche, worauf man sich konzentriert und die Buchhaltung und die Steuern und all so ein Zeug, das ist halt so das Beiwerk, was man irgendwie erledigen muss. Was muss man als Selbstständiger eigentlich tun? Das heißt, was ist eigentlich das perfekte finanzielle Setup für Selbstständige? Und um das herauszufinden, möchte ich erstmal, würde ich mal sagen, auf einen besonderen Punkt eingehen und zwar, was muss man eigentlich machen? Also woraus besteht eigentlich so ein finanzielles Management, finanzielles Setup, was braucht man eigentlich? Und das möchte ich einmal einzeln auflisten, das ist nämlich relativ wichtig, weil man für unterschiedliche Probleme unterschiedliche Lösungen finden kann. Erster Punkt und das ist ganz, ganz wichtig, da fängt eigentlich alles an. Das wird euch jeder sagen, auch jeder Steuerberater sagen und so weiter, nicht, weil sie daran Geld verdienen, weil ich meine, Geschäftskonten gibt es auch kostenlos. Ihr braucht bitte ein separates Geschäftskonto. Bitte lasst das nicht über euer Privatkonto laufen. Es gibt keine rechtliche Verpflichtung, das sage ich trotzdem dazu. Also ihr müsst kein Geschäftskonto machen, also es gibt kein Gesetz, was euch das vorschreibt. Es hat aber unterschiedliche Vorteile und zwar der erste Faktor ist, steuerlich und auch generell wird quasi euer Unternehmen getrennt von euch betrachtet. Das heißt, das Geld, was ihr da habt und was ihr privat ausgebt, das sind zwei Paar Schuhe. Ich würde mal sagen, gute Kontoführung, das heißt saubere Trennung zwischen geschäftlichen und privaten Finanzen, das ist wirklich schon die Hälfte der Buchhaltung, weil eine Einnahmenüberschussrechnung, Freiberufler müssen in Deutschland eine Einnahmenüberschussrechnung machen, die basiert im Wesentlichen auf dem Kontoauszug. Da gilt immer das Zufluss-Abflussprinzip, so heißt das im Einkommenssteuergesetz und da guckt man eigentlich mehr oder weniger nur auf den Kontoauszug, welche Zahlungen sind rein und welche sind rausgegangen und mehr nicht. Und es ist halt deutlich mehr Arbeit, wenn man da zwischendrin noch private Transaktionen hat oder noch schlimmer, in erster Linie ein privates Konto hat, wo ab und zu mal eine Rechnung und Betriebsausgabe drin ist, ist es deutlich mehr Arbeit für dich. Wenn du es abgibst an den Steuerberater, ist es mehr Arbeit für den Steuerberater, der dir dafür eine Rechnung schreibt. Also auch das ist nicht wirklich glücklich. Deswegen mein dringender Appell, separates Geschäftskonto, es gibt kostenlose. Natürlich würde ich euch Contest empfehlen, Contest gibt es auch for free, könnt ihr einfach nutzen, aber es kriegt das auch bei N26 und so weiter. Das heißt, es gibt kostenlose Geschäftskonten. Wenn ihr gerade startet und wirklich darauf achten müsst, nicht zu viele Ausgaben zu haben, nehmt ein kostenloses Geschäftskonto einfach separat, lasst da alle Rechnungseingänge draufgehen und zahlt davon die Rechnung. Dann müsst ihr die laufende Buchhaltung machen. Die laufende Buchhaltung macht man in erster Linie immer wegen der Umsatzsteuer, das heißt Kleinunternehmer oder Ärzte oder sowas, die nichts mit der Umsatzsteuer zu tun haben. Ärzte sind von der Umsatzsteuer befreit, kleine Unternehmer verzichten quasi darauf freiwillig. Die Unterjährige müssen zumindest keine Buchhaltung machen. Dazu gibt es natürlich eine gesetzliche Verpflichtung, das müsst ihr aber nicht selber machen. Das könnt ihr entweder an einen Steuerberater oder an einen Buchhalter abgeben. Auch die Unterscheidung ist sehr interessant und wichtig auch, weil ihr könnt z.B. auch die Buchhaltung von einem Buchhalter erledigen lassen und die Steuererklärung von einem Steuerberater. Das ergibt z.B. deswegen Sinn, weil Buchhalter in der Regel günstiger sind. Das heißt, Buchhalter arbeiten euch eigentlich zu. Da ist die Haftung bei dem Buchhalter deutlich reduzierter, also die hat man nicht so wie beim Steuerberater. Aber wenn ihr das alles abgeben wollt, könnt ihr tatsächlich auch einfach die Buchhaltung an den Buchhalter abgeben und die Steuererklärung selber machen oder an den Steuerberater geben. Dann spart ihr ein paar Euro, wenn ihr alles outsourcen wollt. Und was denn eigentlich der wichtige Part ist, das machen entweder viele Leute auch allein oder, vielleicht könnt ihr jetzt mal reinschreiben, macht ihr eure Steuererklärungen im Jahr selber oder macht das einen Steuerberater. Dass ihr das einfach mal rein kommentiert, dass ich mal kurz sehe, um ein bisschen darauf eingehen zu können. Wichtig auch da ist, man unterscheidet quasi eine Steuererklärung von einem Selbstständigen. Man sagt immer so schnell, man macht seine Steuererklärung, aber dazu gehört erstmal der Jahresabschluss bzw. die erwähnte Einnahmenüberschussrechnung, das machen Freiberufler. Das ist quasi die Anlage EÜR, das ist so die Gewinnermittlung. Das heißt, auch wenn ihr Tools benutzt wie LexOffice, Debitor, Safdesk, Fastbill usw., braucht ihr immer die Auswertung EÜR. Da gibt es manchmal auch Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung, das ist etwas anderes. Ihr braucht als Freiberufler eine Einnahmenüberschussrechnung und die ist quasi identisch mit der Anlage EÜR. Da müsst ihr eigentlich nur noch die Zahlen übertragen. Und dann müsst ihr betriebliche Steuererklärung machen. Das sind die Umsatzsteuererklärung und die Gewerbesteuererklärung. Wenn ihr nicht gewerbesteuerpflichtig seid, fällt die natürlich weg. Umsatzsteuererklärung müsst ihr immer machen, auch wenn ihr Kleinunternehmer seid. Das heißt, auch wenn ihr Kleinunternehmer seid, müsst ihr trotzdem einmal im Jahr eine Umsatzsteuererklärung machen. Und dann die private Steuererklärung. Die private Steuererklärung ist dann die klassische Einkommensteuererklärung. Das ist auch das, was die ganzen Angestellten machen. Diese drei Dinge dürft ihr selber machen. Es gibt keine Pflichten, Steuerberater zu beauftragen. Das kann aber kein Buchhalter für euch machen. Das heißt, da gibt es entweder nur die Option ihr selber oder Steuerberater. Was halt ganz interessant ist, ihr könnt alle diese unterschiedlichen Aufgaben quasi an unterschiedliche Dienstleister abgeben. Das heißt, ihr könnt das auch einzeln miteinander vergleichen. Das machen häufig, wenn man so mit Steuerberatern spricht, sagen die einem das nicht. Aber man kann durchaus natürlich, das Geschäftskonto hat man meistens nicht bei seinem Buchhalter oder seinem Steuerberater, aber man kann die Buchhaltung von jemand anders machen lassen. Theoretisch kann man auch einen Steuerberater nur die betrieblichen Sachen machen lassen und man macht dann selbst die privaten Steuererklärung. Überhaupt gar kein Problem. Es ist auch immer so ein Aufwand-Nutzen-Vergleich. Das heißt, wenn ihr es selber macht, müsst ihr halt Zeit investieren und ist aber auch entsprechend günstiger. Das heißt, ihr habt die Rechnung nicht zu bezahlen. Das heißt, da könnt ihr dann immer vergleichen und könnt das durchaus auf mehrere Schultern verteilen. Wie ich gesagt habe, die Buchhaltung startet eigentlich beim Bankkonto, beim richtigen Finanz- und Kontomanagement. Und ich empfehle da immer ein Mehr-Konten-Modell. Und ein Mehr-Konten-Modell sagt eigentlich per Definition eigentlich schon einmal aus, ihr habt mehrere, also mindestens zwei. Das heißt, wenn ihr ein Privatkonto und ein Geschäftskonto habt, habt ihr per Definition ja schon ein Mehr-Konten-Modell, weil ihr mehrere Konten habt. Also es gibt wahnsinnig viele. Es gibt ein Fünf-Konten-Modell und ein Sieben-Konten-Modell und ein Neun-Dreifviertel-Konten-Modell und weiß der Geier. Es gibt wirklich wahnsinnig viel. Die haben auch alle ihre Daseinsberechtigung und informiert euch da gerne. Ich möchte hier wirklich nur einmal konsensieren, was der gemeinsame Nenner ist. Was haben alle diese Modelle gemeinsam und welche Konten sind wirklich absolut essentiell? Ihr könnt noch quasi beliebig viele hinzufügen. Das erste ist für deine Einkünfte aus Selbstständigkeit. Das heißt, das Konto, wo die Rechnungen darauf bezahlt werden, wo ihr eure Betriebsausgaben bezahlt und so weiter. Das Ganze ist dann auch die Grundlage für die Einnahmenüberschussrechnung. Das ist dann das Konto, das ihr an den Steuerberater, an den Buchhalter gebt, der das bucht und so weiter. Das heißt, das ist wirklich essentiell für euch. Dann solltet ihr unbedingt ein Konto haben, auch nicht das Konto, was ihr als Tageskonto nehmt, also als normales, ich würde mal sagen, Geschäftstageskonto für die Steuerrücklagen. Die höchste Betriebsausgabe, also die höchste Kostenposition von Selbstständigen ist in der Regel die Steuer. Und wenn es die Steuer nicht ist, ist es meistens die Krankenversicherung. Das heißt, es sind die Abgaben. Und bei Kontis, also das ist jetzt kein Geheimnis, die meisten werden hier irgendwie, es ist tatsächlich so ein paar Leute, die können da gerne mal das reinschreiben, weil ich weiß, dass ein paar Kontiskunden da sind. Das hat Kontis halt automatisiert. Kontis ist quasi erstens und zweitens in einem, aber selbst wenn ihr auch irgendeine andere Bank habt, ist vollkommen fein, dann macht aber euch irgendein Unterkonto oder ein zweites Konto und so weiter, wo ihr euch regelmäßig Geld drauf überweist, wie viel, also für die Steuer. Weil das wissen viele nicht, aber fehlende, ausbleibende, zu niedrige Steuervorauszahlungen sind ganz häufiger Insolvenzgrund tatsächlich für Selbstständige. Und wir haben dafür ein Tool gebaut, weil die große Frage ist ja, die da sich immer stellt, wie viel Geld, wie viel Prozent muss ich denn eigentlich für die Steuer zur Seite packen? Sagen einige, ach 50 %. Ja, aber bis du 50 % Abgaben hast, dann muss dein Einkommen schon in die Millionen gehen. Klar im Spitzensteuersatz, Durchschnittsteuersatz ist aber eine andere Geschichte und ihr solltet für den Durchschnittsteuersatz zur Seite packen. Andere sagen, pack einfach 30 % zur Seite. 30 % kommen daher, weil das ungefähr der Durchschnittsteuersatz in Deutschland ist. Das heißt, der Durchschnittsdeutsche zahlt 30 % Steuern. Wenn du genau Durchschnitt bist, dann ist das die richtige Wahl. Wenn nicht, dann nutzt mal dieses Tool, was ich gerade jetzt reinposte. Das ist der TextHater, den habe ich irgendwann mal gebaut. Das ist quasi so etwas wie ein Brutto-Netto-Rechner, der zeigt dir deinen Steuersatz an. Das ist natürlich jetzt speziell für die Contis-App, da kann man es in den Contis-Einstellungen sofort einstellen, wie viel Contis zur Seite packen soll. Aber ihr könnt das natürlich auch so benutzen. Ihr müsst da keine E-Mail-Adresse angeben und nichts. Das heißt, ihr könnt da einfach mal eure Daten eintragen, die werden nirgendwo gespeichert. Und wir fragen sowieso nicht nach Namen und E-Mail-Adresse, deswegen wüssten wir auch nicht von wem. Aber da könnt ihr einfach mal eure Zahlen eingeben und wisst dann, welchen Prozentsatz ihr an Steuern zur Seite legen müsst. Und das wäre dann der Prozentsatz und das würde ich wirklich regelmäßig, ich empfehle euch einmal im Monat zur Seite auf ein zweites Konto oder ein Unterkonto überweisen. Dann habt ihr drittens, das werdet ihr haben, ein Privatkonto. Das ist da, wo die ganzen Wochen Einkauf, private Wohnungsmiete und all das Zeug bezahlt. Und viertens, und das halte ich auch für wahnsinnig wichtig, ein Konto für Rücklagen und Sparkonto. Das ergibt sowieso Sinn, aber gerade als Selbstständiger, weil viele Selbstständige sind ja nicht in irgendeiner gesetzlichen Krankenversicherung, also Krankenversicherung schon, gesetzlichen Rentenversicherung oder so. Das heißt, Altersvorsorge oder auch Investitionen und so weiter, die ansteht. Dafür solltet ihr nochmal ein separates Konto haben. Diese vier Konten, die sollte wirklich jeder von euch irgendwie haben. Natürlich kann man das noch differenzieren. Das heißt, ihr könnt jetzt auch beispielsweise nur für die Krankenversicherung, ähnlich wie die Steuerrücklagen könnt ihr noch ein Unterkonto für eine Krankenversicherung haben. Und auch Rücklagen ist natürlich ein Unterschied, ob das die Rücklagen sind für Investitionen, die ihr nächstes Jahr tätigen wollt oder für die Rente. Das heißt, es muss irgendwie jetzt erst in 30, 40 Jahren relevant sein. Okay, wenn ihr spät in Rente geht, 20, 30 Jahren oder so, wenn ihr da erst ran müsst. Da könnt ihr das natürlich nur untergliedern und es muss auch nicht immer ein Girokonto sein. Ich meine, Rücklagen könnt ihr auch im Depot eröffnen und so weiter. Aber diese vier Dinge sollte wirklich jeder von euch haben. Kommen wir zu einem unglaublich wichtigen Punkt. Und das ist, ich bin kein, ich bin wirklich nicht so ein Typ, der jetzt sich, ich kann mit Coaches, so diese Mindset-Coaches und so weiter bedingt was anfangen. Coaching ist eine absolut legitime, seriöse, gute Arbeit. Aber so dieses ganze Mindset-Thema habe ich immer so ein bisschen Probleme mit. Hier geht es aber trotzdem, es ist trotzdem ein wichtiger Punkt. Das ist die Frage an euch. Wie macht ihr das? Zahlt ihr euch ein Gehalt? Das heißt, zahlt ihr euch fix pro Monat ein Gehalt aus? Das heißt, zahlt ihr einen Betrag von eurem geschäftlichen Konto auf euer Privatkonto wie ein Gehalt. Es ist ja offiziell kein Gehalt. Oder seid ihr nur die Person, die quasi einen Rest bekommt. Das, was am Monat halt übrig ist, das nehmt ihr euch. Oder immer, wenn mal ein bisschen ein paar Euro da sind, dann nehmt ihr euch privat was raus. Das ist ein riesen Unterschied. Für mich persönlich, ich habe gesagt, ich bin seit 13, 14 Jahren selbstständig, für mich war das ein riesen Game-Changer, als ich gesagt habe, ich bin in meinem Unternehmen eine Kostenposition. Das heißt, ich habe versucht zu denken, wie mein Unternehmen, nicht wie ich selbst, logisch, ich habe Bankkonto und so weiter, sondern ich habe wirklich zugesehen, dass ich eine Kostenposition bin. Das heißt, auch meine Arbeit kostet Geld und dann habe ich einfach mal intern für meine Arbeitszeit, keine Ahnung, wenn ich im Monat 200 Stunden gearbeitet habe und mir 2000 Euro ausgezahlt habe, jetzt nicht besonders viel, aber einfaches Beispiel, dann hat meine Arbeitszeit 10 Euro gekostet intern. Und dann hinterfragt man sich doch relativ schnell, ist das wirklich rentabel, was ich hier jetzt gerade tue, oder sollte ich es vielleicht lassen, weil wenn ich vier Stunden an irgendeinem Quatsch arbeite, dann habe ich 40 Euro davor ausgegeben. Klar, könnt ihr euch selber ausrechnen, was ist euer Stundensatz, aber man fängt ganz anders an zu denken. Und ein wichtiger Punkt auch, ihr seid die wichtigste Person in eurem Unternehmen. Und ich kenne das ganz häufig, dass man sich gefühlt irgendwie als letztes bezahlt. Das heißt, als erstes werden Rechnungen bezahlt, Mitarbeiter werden sowieso noch vorher bezahlt, dann werden Miete bezahlt, dann wird Tools bezahlt. Alles wird bezahlt, bezahlt, bezahlt und man selbst bekommt das, was halt übrig ist. Aber kann euer Unternehmen funktionieren ohne einen einzelnen Mitarbeiter? Kann euer Unternehmen funktionieren ohne das Büro, in dem ihr sitzt? Kann das Unternehmen ohne ein Tool funktionieren? Natürlich. Wann kann es nicht funktionieren? Wenn ihr nicht mehr da seid. Das heißt, ihr seid das wichtigste Asset, was euer Unternehmen hat. Und deswegen müsst ihr bitte als erstes bezahlt werden. Stellt euch mal vor, wie ein Mitarbeiter reagieren würde, wenn ihr diesen Mitarbeiter oder diese Mitarbeiterin so behandeln würdet wie euch. Du kriegst halt Geld, wenn was da ist. Würde kein Mensch auf die Idee kommen und trotzdem viele, viele, viele Selbstständige machen das genauso. Und mein dringender Appell an dieser Stelle, zahlt euch ein Gehalt und zwar direkt am ersten des Monats. Ihr seid die wichtigste Person in eurem Unternehmen und wenn dann ein paar Rechnungen mal ein, zwei, drei Wochen liegen bleiben müssen, dann ist das einfach so. Ihr seid die wichtigste Person in diesem Unternehmen. Wer dazu noch mehr wissen möchte, an dieser Stelle ein Buchtipp. Tatsächlich ein geniales Buch, Profit First. Wer es nicht kennt, wahrscheinlich werden es einige kennen, weil es ein echt bekanntes Buch ist, holt es euch und lest es durch. Original im Englisch, aber auch auf Deutsch sehr lesenswert. Kann ich sehr empfehlen. Basiert genau darauf, sagt das eigentlich Profit First. Das heißt, ihr steht auch an erster Stelle, ihr solltet auch an erster Stelle. Und es verändert so ein bisschen was im Denken und hat bei mir zumindest auch sehr viel im Alltag verändert, wie man agiert. Und was bedeutet das in der Praxis? Man rechnet normalerweise seine BWA, seine betriebswirtschaftliche Auswertung, die man jeden Monat bekommt, ist meistens so aufgebaut. Oben steht der Umsatz, das heißt, was für einen Umsatz mache ich. Dann sind alle Kosten aufgelistet und unten steht der Gewinn und das gehört dann dem Unternehmer oder der Unternehmerin. Eine eigentlich bessere Rechnung wäre oben Umsatz, dann dein Gehalt abgezogen, dann deine Kosten, dann der Gewinn, der dir auch gehört, der aber in erster Linie erstmal dem Unternehmen gehört. Und zwar, wenn du diesen Monat einen Gewinn machst, dann ist das halt ein Sicherheitspuffer für die nächsten Monate. Aber wenn ihr so mal denkt und kalkuliert und einfach mal auch die BWA umstellt, dann ändert das schon eine ganze Menge. Weil wenn du dann plötzlich siehst, ich habe diesen Monat 2.000 € Minus gemacht, weil dein Gehalt von 5.000 € in der Kalkulation drin stand, dann machst du dir Gedanken, wie du vielleicht nächsten Monat profitabel bist. Aber du siehst dein Gehalt erst als fix an, was reinkommen muss und das verändert eine ganze Menge. Deswegen an dieser Stelle auch der Appell, wenn ihr irgendetwas mitnehmt, also wirklich rein persönlich aus Erfahrung, wenn ihr irgendetwas mitnehmt, macht es so, weil das spart super viel Stress. Die große Frage von diesen ganzen Dingen, die ich aufgezählt habe, Buchhaltung und Umsatzsteuervoranmeldung und Steuererklärung usw. Was macht ihr besser selbst und wie macht ihr das am besten selbst? Was kannst du eventuell einfach weglassen, was kannst du outsourcen und was kannst du selber machen? Das ist natürlich, kann ich euch jetzt nicht einen pauschalen Tipp geben, was jetzt besser für euch ist. Das liegt sehr daran, habt ihr Erfahrungen darin, wie viel Budget habt ihr zur Verfügung, wie viel Zeit habt ihr zur Verfügung und all diese Dinge spielen natürlich rein. Aber das ist grundsätzlich erstmal, ich gebe euch einen Überblick und gebe euch auch immer eine Lösung, so würde ich es machen oder auch meine Empfehlung, erkläre ich auch gerne, warum das so ist, wenn ich es selber machen müsste und anderer Punkt, was wäre meine Empfehlung, es outsourcen. Und grundsätzlich, wenn ihr euch mal hinsetzt und sagt, was arbeitet ihr, was zahlt ihr euch an Gehalt, was verdient ihr pro Monat oder aber auch was zahlt ihr einem Kunden, das heißt, wenn ihr jetzt eine Stunde habt und euer Stundensatz 150 € als Berater ist und euer Buchhalter kostet 70 € die Stunde, bitte macht eure Buchhaltung nicht selbst. Warum? Ihr könnt ja in der Stunde, in der 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 Buchhalter, der wird wahrscheinlich auch mehr in einer Stunde schaffen als ihr, wenn ihr kein Buchhalter seid, das heißt, ihr könnt ja in der Stunde, in der ihr 70 € an den Buchhalter zahlt, auch einfach einen Kunden beraten und dann habt ihr 150 € verdient. Das ist natürlich die Voraussetzung, dass ihr auch Kunden habt, die das gerade machen, aber grundsätzlich solltet ihr alles outsourcen, was günstiger ist als euer Stundensatz. Also absolut, weil sonst ergibt es keinen Sinn. Es fällt sich natürlich anders, wenn man im Augenblick vielleicht noch in der Startphase ist und nicht einfach Kunden, Kunden auf Knopfdruck ist sowieso Quatsch, aber nicht ausreichend Kunden habt, um quasi eure Arbeit zu machen. Also wenn ihr einfach stattdessen faul auf der Haut liegen würdet und hättet Donnerstag bis Freitag nichts zu tun, dann könnt ihr in der Zeit natürlich auch die Buchhaltung machen. Erstmal, ihr braucht ein Geschäftskonto, darüber haben wir schon einmal geredet. Das Geschäftskonto selbst zu machen ist relativ schwierig. Das gilt eigentlich nur, indem man selbst Kassenbuch führt und ausschließlich Bargeldgeschäfte macht. Das kann ich niemandem empfehlen, auch steuerlich nicht. Da seid ihr sofort auf der roten Liste des Finanzamtes und werdet regelmäßig Besuch von ihnen bekommen. Das heißt, ihr braucht ein separates Geschäftskonto. Mein Tipp da absolut ist Kontist. Aus den genannten Gründen Kontist erleichtert euch halt mit der Steuerrücklage, das ist schon das eine, bereitet euch die Buchhaltung gut vor, hat Integration zu Buchhaltungstools usw. Deswegen absolute Empfehlung. Natürlich Kontist, dass ich nicht ganz objektiv bin, muss ich nicht dazu sagen, glaube ich. Aber es gibt ja einen Grund, warum ich hier arbeite und warum ich auch als Selbstständiger davon überzeugt bin und sage, ich halte mein Gesicht auch gerne für dieses Unternehmen in die Kamera, weil ich davon überzeugt bin. Wenn ihr die Buchhaltung selber machen möchtet, gibt es eine ganze Menge Lösungen. Also LexOffice, Debitur, Fastbill, Safdesk, Buchhaltungs-Butler, Freefibu und dann gibt es auch noch, also das sind alles nur Online-Lösungen, dann gibt es auch noch vor Ort, Wieso mein Büro usw. Also es gibt die Sand am Meer, gibt es Online-Tools. Meine absolute Empfehlung ist LexOffice. LexOffice ist auch eine Cloud-Software. Das heißt, ihr habt von überall darauf Zugriff, wir müssen nichts installieren, das ist dadurch immer aktuell, auch gerade bei solchen Gesetzesänderungen. Sobald es ein Update, also eine Änderung gibt, ist sie sofort da, das ist immer ein großer Vorteil. Ihr könnt von überall darauf zugreifen. Es ist die, ich würde mal sagen, seriöseste Buchhaltungslösung. Ich habe für einige gearbeitet und ich möchte auch die nicht schlecht machen, aber LexOffice kommt quasi aus dem Hause Haufe LexWare. Die haben den Fachverlag, den Haufe Verlag und LexWare gehört auch zu denen, das ist auch ein Buchhaltungsprogramm, was man sich so installieren kann usw. Wenn jemand Steuerwissen hat, dann Haufe LexWare, vielleicht noch die Dativ, aber das ist die Software, mit der die Steuerberater arbeiten. Das heißt, wenn ihr was machen wollt, dann LexOffice, die haben auch so diese Software-Zertifikate, solltet ihr darauf achten, dass das GUBD-konform ist, was ihr da macht, weil es gibt einige Buchhaltungslösungen, da könnt ihr zwar eure Zahlen rein geben und die werben auch damit, dass du damit alles machen kannst, aber die haben kein Zertifikat. Das bedeutet, im Zweifel in der Betriebsprüfung könnte das Finanzamt hier hingehen und sagen, naja, das ist ja kein richtiges Buchhaltungsprogramm, wo ist denn die Garantie, dass das korrekt ist in diesem Buchhaltungsprogramm. Das heißt, achtet darauf, dass euer Buchhaltungsprogramm zertifiziert ist, dass es irgendwie so ein Label hat, dass das GUBD-konforme Buchhaltung ist. Und da ist ganz klar LexOffice die professionellste Lösung, die sicherste Lösung usw. Das kann ich tatsächlich uneingeschränkt empfehlen. Und an dieser Stelle natürlich ein toller Tipp, Contest-LexOffice hat eine gute Integration. Das heißt, die Transaktionen von Contest sind automatisch in LexOffice drin und die werden, wenn auch was bezahlt wird bei Contest, dann wird das automatisch schon bei LexOffice den passenden Beleg gesucht und kategorisiert und gebucht. Das heißt, ihr spart euch da auch eine ganze Menge Zeit, wenn ihr beides benutzt. Wenn ihr das Outsource, habe ich schon erzählt, das kann natürlich ein Steuerberater machen, die Buchhaltung für euch, aber ihr könnt euch auch einen Buchhalter suchen. Auch da ist das wichtig, dass der Buchhalter halt nicht so einen hohen Abschluss hat, ist dadurch meistens günstiger, kann man dann auch machen, wenn ihr es einfach gar nicht selber machen würdet. Wenn ihr, was auch immer eine Möglichkeit ist, dass ihr vielleicht eine virtuelle Assistenz oder sowas sucht, das heißt jemand, der einfach im Backoffice für euch die Arbeit macht, könnt ihr auch machen, würde euch dann auch empfehlen, dass ihr die Software vorgebt. Ich habe das auch leider am Anfang meiner Selbstständigkeit selber manchmal gemacht und habe die dann einfach mit ihrer Software gearbeiten lassen. Und dann, keine Ahnung, haben wir aus verschiedensten Gründen die Zusammenarbeit nicht weiter fortgeführt und dann hatte ich irgendwie so einen Datensatz, mit dem ich nichts anfangen konnte. Das heißt, auch wenn ihr einen Buchhalter habt oder virtuelle Assistenz habt, gebt ihr bitte die Software vor. Und da würde ich halt sagen, LexOffice, bucht das bitte mir in LexOffice, dann habt ihr auch Zugriff, könnt das jederzeit kontrollieren, habt irgendwelche Statistiken und so weiter. Das heißt, das wäre meine Empfehlung dafür. Dann Jahresabschluss und Einnahmeüberschussrechnung. Und da fängt es nämlich gerade an, warum das interessant wird und wichtig wird, dass ihr da eine professionelle Buchhaltungslösung habt. Weil es gibt doch durchaus einige Buchhaltungslösungen, wo ihr zwar so ein Report bekommt und das heißt dann auch irgendwie Gewinn, Verlust oder Report oder wie auch immer. Ihr kriegt aber nicht das, was ihr braucht für das Finanzamt. Und zwar die Einnahmenüberschussrechnung in dem Format von der Anlage EUR. Und ich möchte keinen Namen nennen, aber ich habe auch in meinem Leben schon mal Buchhaltungstools benutzt, wo ich am Ende da saß und diesen Report gezogen habe und dann vor der Steuererklärung saß und dachte, wie passt das denn zusammen. Das hat einfach hinten und vorne nicht gepasst. Wenn ihr LexOffice in die Buchhaltung macht, dann habt ihr da einfach eine Auswahl, könnt ihr das auswählen und dann habt ihr das genau in dem Format und dann könnt ihr das im Zweifel einfach abtippen und dann ist es fein. Outsourcen könnt ihr jetzt natürlich auch einfach an den Steuerberatern. Die betrieblichen Steuererklärungen, also Gewerbesteuer und Umsatzsteuer. Und jetzt kommt auch ein bisschen der Grund, warum ich großer LexOffice Fan bin. Wenn ihr selber machen wollt, empfehle ich euch Smartsteuer. Es gibt auch da eine ganze Menge Lösungen für Steuererklärungen, also Taxfix, Steuerbot, Wundertax. Wie auch immer fallen mir auch spontan nicht ganz so viele ein, gibt es aber mindestens genauso viele, mit denen ihr eure Steuererklärungen machen könnt. Nahezu gar kein Tool davon kann die betrieblichen Steuererklärungen. Das heißt keine Umsatzsteuer, Gewerbesteuer und so weiter könnt ihr damit einfach nicht machen. Super ärgerlich. Smartsteuer gehört aber auch zu Haufe LexWare, genauso wie LexOffice. Und übrigens, kleines Insiderwissen, Haufe LexWare gehört auch ein Teil von Contest. Das heißt Contest, LexOffice und Smartsteuer ist quasi in der Kombination Bankkonto, Buchhaltung, Steuererklärungen ist quasi aus einer Hand aus einem Haus und wir sind natürlich auch eng, arbeiten wir eng miteinander zusammen, aber ihr könnt quasi das Konto mit der Buchhaltung synchronisieren und könnt dann auch in LexOffice mit einem Klick die ganzen Daten, also die Anlage EUR und so weiter, sofort an Smartsteuer geben. Das kostet 35, 39 € im Jahr pro Steuererklärung. Ihr zahlt aber auch erst dann, wenn ihr abschickt. Das heißt, ihr könnt auch alle eure Zahlen einklimpern, dann seht ihr, was ihr wiederkommt oder was ihr zahlen müsst usw. und zahlt erst, wenn ihr dann tatsächlich abschickt. Und tatsächlich die betrieblichen Steuererklärungen ist das Riesenproblem und auch die Anlage EUR. Ja, nur um ein Beispiel zu nennen, da nenne ich einfach mal ein Beispiel, wenn ihr Textfix geht, weil es auch jeder nachgucken kann, wenn ihr einfach mal Textfix runterladet und versucht, als Selbstständiger die Steuererklärung zu machen, dieses Tool sagt euch nicht, dass das nicht geht. Das merkt ihr dann irgendwann, dass ihr halt einfach keine Anlage EUR anlegen könnt. Ist halt irgendwie nervig, wenn man dann schon eine Viertelstunde, eine halbe Stunde an der Steuererklärung gearbeitet hat, um dann zu erfahren, die Funktion gibt es ja gar nicht. Deswegen Selbstständige bitte unbedingt bei Smartsteuer vorbeischauen. Und die private Steuererklärung, also das heißt die Einkommensteuererklärung, auch wo dann der Ehepartner vielleicht drin ist und die Kinder usw. auch alles geht über Smartsteuer. Wenn ihr es outsourcen wollt, Steuerberater. Das heißt auch diese drei Bereiche würde ich tatsächlich an den gleichen Steuerberater abgeben. Das muss theoretisch auch nicht, aber wenn ihr euch richtig viel Arbeit und Koordinationsarbeit machen wollt, dann beauftragt ihr drei unterschiedliche Steuerberater für die EUR, die betrieblichen Steuererklärung und die privaten Steuererklärung, weil dann reden die alle mit euch und du musst Infos weitergeben usw. Und dann überprüft der eine nochmal die Arbeit vom anderen usw. Dann habt ihr so richtig Struggle. Wenn ihr das Ganze selber machen wollt, dann zahlt ihr pro Bankkonto ungefähr 9 EUR im Monat. Da habe ich mal den Preis von Contest genommen. Kann natürlich auch irgendwo anders ein bisschen mehr oder weniger sein. Oder wie gesagt, es gibt auch Contest-Free-Versionen, da zahlt ihr gar nichts. Es gibt aber auch andere. Ich habe so absolute Highscores in irgendwelche regionalen Sparkassen und so, wo dann die Kontoführungsgebühren mit Überweisungen und Online-Banking und was alles extra abgerechnet wird, wo man irgendwie bei 60, 70 EUR im Monat ist. Ist nicht der Standard. Ich glaube 10 EUR im Monat ist ziemlich Standard. Buchhaltung, das Paket, was ihr braucht, wenn ihr auch die Steuererklärung, also Umsatzsteuervoranmeldung usw. machen wollt. In Lex Office habe ich gerade nachgeguckt, 18,90 EUR im Monat. Das heißt, das zahlt ihr da. Und die Steuererklärung, siehst du 35 EUR, habe ich vorhin nachgeguckt, hatte ich gerade noch nicht präsent. 34,99 EUR kostet Smartsteuer pro Jahr. Das heißt, ihr liegt insgesamt bei ungefähr Kosten von 370 EUR pro Jahr, wenn ihr alle selber macht. Das ist dann quasi so das Paket, die Kosten müsst ihr haben, ihr kommt gar nicht drum herum. Klar könnt ihr vielleicht nur das kostenlose Bankkonto haben usw. Aber es nicht zu machen ist halt nicht die Option. Wenn ihr das Ganze outsourcen wollt, dann gibt es natürlich Preisunterschiede. Wahnsinnig, je nachdem bei welchem Berater ihr seid usw. Dann braucht ihr trotzdem ein Bankkonto. Dann eine Buchhaltung, das ist dann je nachdem abhängig, welche Umsätze ihr macht, wie viele Belege, ob ihr zum Buchhalter oder Steuerberater geht usw. Ganz grob solltet ihr für die Buchhaltung, und bitte auch nicht mehr, zahlen zwischen 30 und 100 EUR im Monat. Ich höre das immer mal wieder, so absolute Horror-Stories, die auch 3,5 bis 400 EUR im Monat nur für die Buchhaltung zahlen. Viel zu viel. Ihr solltet ungefähr im Korridor von 30 bis 100 EUR pro Monat für eure laufende Buchhaltung legen und dann Steuererklärung pro Jahr. Auch da hängt es ein bisschen davon ab, wie viele Einkunftsarten ihr habt, wie hoch die Einkünfte sind usw. 600 bis 2.000 EUR. 2.000 EUR wäre schon echt. Also das ist schon heavy, aber wenn ihr verheiratet seid und beide ein Einkommen haben und ihr dann, keine Ahnung, Bitcoin gekauft, verkauft habt, Immobilien usw., dann kann das auch durchaus 2.000 EUR kosten. Ungefähr solltet ihr für diese ganze Lösung 2.000 EUR im Jahr bezahlen. Viel mehr Steuerberaterkosten, wenn ihr das alles abgebt, solltet ihr nicht haben. Da empfehle ich natürlich auch Kontist und für die Buchhaltung und die Steuererklärung die Kontist Steuerberatung. Ich bin von der Kontist Steuerberatung und wir übernehmen Buchhaltung und Steuererklärung quasi für Freiberufler und Selbstständige. Das wäre so meine Empfehlung, wird euch auch nicht überraschen, aber es wäre komisch, wenn ich nicht überzeugt bin von der Arbeit, die wir jeden Tag erledigen. Bevor ich zur Fragerunde komme, würde ich ganz gerne nochmal auf so ein paar Punkte eingehen, die wichtig sind im Umgang mit einem Steuerberater. Weil ich habe viele Jahre auch für einen Steuerberater gearbeitet bzw. arbeite jetzt auch wieder in der Steuerberatung. Es gibt ein paar wiederkehrende Diskussionen und ich möchte euch einfach mal darauf vorbereiten, wie ihr da am besten agiert. Und zwar ist immer so die Frage, der Steuerberater ist pauschal immer zu teuer. Das verstehe ich auch, weil, wie gesagt, wenn man die Preise vergleicht zu 370 € im Vergleich zu 2.000 €, ist ein Unterschied. Ihr spart Zeit, ja natürlich, aber das, was euch ein Steuerberater an Steuern sparen kann, ist einigermaßen übersichtlich. Was ein Steuerberater euch in erster Linie spart, ist Stress und Zeit. Und die Frage kommt immer wieder, also die Rechnung ist zu hoch. Und es gibt so ein paar Punkte, die ihr einfach machen könnt im Setup, um mehr Geld zu sparen. Das erste ist halt das separate Geschäftskonto. Wenn ihr ein Geschäftskonto nur mit den betrieblichen Transaktionen habt, dann ist das einfach weniger Arbeit für den Steuerberater und er würde euch auch weniger abrechnen. Anderer Punkt und da spreche ich aus meiner Azubi-Zeit. Damals als angehender Steuerfachangestellter in meiner Ausbildung habe ich Tage, Wochen damit verbracht, Unterlagen zu sortieren. Nicht jeder ist mit so einem Schuhkarton Riesenchaos gekommen, aber auch das habe ich gesehen, aber teilweise irgendwie sortiert. Ich habe keine Ahnung, warum das so war, aber ich habe wirklich Tage damit verbracht, Unterlagen umzusortieren. Damals war das noch alles eher in Papier, aber auch online geht das nicht schneller, das einfach anders zu sortieren. Das heißt, fragt unbedingt den Steuerberater, wie er die Belege haben will. Ehrlicherweise, eigentlich erwarte ich das von dem Steuerberater, dass er es von sich aus seinen Mandanten erklärt, wie das richtig ist. Ein bisschen fragwürdig ist es einfach zu machen und den Mandanten dann in Rechnung zu stellen, unabgesprochen. Das passiert aber durchaus. Buchhaltung habe ich gesagt, entweder selber machen. Ihr könnt die Buchhaltung auch selber machen und die Steuererklärungen nur an den Steuerberater abgeben. Oder ihr beauftragt halt für die Buchhaltung einen Buchhalter, weil günstiger und die Steuererklärung geht dann an den Steuerberater. Oder halt einfach die Steuererklärung selber machen, ist natürlich auch ein Tipp. Und statt zu sagen, die Rechnung ist mir aber zu teuer, würde ich immer als erstes fragen, was kann ich machen, damit es weniger Arbeit ist oder um weniger zu bezahlen. Weil dann dreht ihr quasi die Kommunikation um. Das heißt, ihr sitzt da mit einem Steuerberater, der gibt euch gerade die Rechnung und denkt, oh Gott ist das hoch. Wenn ihr da einfach sagt, das ist mir zu teuer. Der Steuerberater denkt sich dann ja, es war halt aber auch so viel Arbeit. Wenn du aber sagst, was kann ich denn machen, damit die Rechnung nächstes Mal niedriger ist, dann liegt der Ball quasi beim Steuerberater und dann muss der mit Vorschlägen kommen, wie ihr die Rechnung reduziert. Und dann wird er euch ziemlich sicher auch solche Sachen sagen mit aufbereiten, vorbereiten, ordentlicher machen, rechtzeitig einreichen und so weiter. Und dann ist ganz, ganz, ganz wichtig, viele Steuerberater wollen das nicht oder behaupten sogar, das ist illegal oder sowas, ist es nicht vereinbart, Pauschalpreise. Ihr solltet vorher wissen, wie viel ihr bezahlt. Das ist tatsächlich üblich. Wir haben mal eine Umfrage gemacht, die Bank Contest, also Banking Contest, hat eine Umfrage unter den Leuten gemacht und ungefähr 80, ich glaube 82 % waren das, haben gesagt, sie wissen vorher nicht, wie hoch die Steuerberaterrechnung ist. Das heißt, sie rechnen immer nach Gegenstandswerten und irgendwas anderen und Auslagen und hier und da und so. Das heißt, man macht irgendwie so sein ganzes Zeug und man weiß am Ende tatsächlich einfach nicht, wie viel man bezahlt. Und dann wird man als erstes von der Steuerzahlung überrascht und als zweites von der Steuerberaterrechnung. Das ist natürlich nicht im Sinne des Empfinders. Deswegen redet auch ganz am Anfang, wenn ihr gerade auch neu beim Steuerberater seid, redet mit dem und sagt, ich will einen pauschalen Preis für meine Steuererklärung haben. Wie gesagt, das mögen die wenigsten Steuerberater, aber wenn er das nicht macht, dann macht das irgendein andere. Also ihr seid nicht an einen Steuerberater gebunden. Sucht euch jemanden, der euch einen pauschalen Preis gibt. Weil Planungssicherheit meiner Meinung nach ist da extrem wichtig, weil die Rechnung kann halt echt schwanken. Wenn ich mir noch kurz so ein paar Slides zurückgehe, so Buchhaltung zwischen 30 und 100 € ist ungefähr normal und Steuererklärung zwischen 600 und 2000, das sind heftige Preisspannen. Jetzt sind wir quasi auch schon dicht am Ende. Ich möchte euch aber trotzdem einmal kurz zeigen, was wir eigentlich machen. Das dauert auch gar nicht so lange. Ich möchte aber euch einmal sagen, Kontosteuerberatung, wir sind digitaler, spezialisierter Steuerberater, speziell von Freiberuflern und Selbstständigen. Ich würde mal sagen, garantiert papierlos, weil wir keine Kunden nehmen, die uns Papier schicken wollen. Das heißt, wenn ihr jetzt einen Steuerberater braucht, der euch Papier abnimmt, nein. Könnt ihr vergessen, machen wir nicht. Haben wir noch nie gemacht, werden wir auch nie machen. Wir sind 100 % digital. Einfach für euch noch einmal zusammengefasst. Banking und Steuerservice für das 21. Jahrhundert haben wir das genannt. Das heißt, ihr kriegt quasi alles in einem. Ihr habt die Buchhaltung, die Steuervormeldung, Steuervorauszahlungen anpassen, private gewerbliche Steuererklärung, Einnahmenüberschussrechnung, alles was ihr eigentlich erzählt habt. Plus das Bankkonto inklusive alles in einem. Wenn ihr gerade die Gründungsberatung gründet und ihr habt eine Hotline, da könnt ihr anrufen, dann kriegt ihr einen Steuerberater ans Telefon usw. Sehe ich gerade die großen Augen. Was steht da im Kleingedruckten? Das muss ich rechtlich machen. Liebe Grüße an die Steuerberaterkammer, wir müssen hier ganz klarstellen, die Kontist und Kontist Steuerberatung sind zwei Gesellschaften und zwei Firmen. Das heißt, die Kontist Steuerberatung ist eine Steuerberatungsgesellschaft. Die übernimmt die Steuerberatung und Kontist baut die App und macht das Banking. Das ist besonders wichtig, das steht da halt in rechtlich korrekt. Und was kostet der Spaß? Steuerberatung, Buchhaltung und Konto in einem ab 79 € im Monat. Das heißt, auch wenn ihr das durchrechnet, 79 € x 12, das ist deutlich unter 2.000 €. Zugegebenermaßen liegt das natürlich auch am Umsatz. Das heißt, es ist ab 79 €. Der absolut höchste Preis, den ihr bei uns bezahlen könnt, sind 149 € im Monat. Auch das dürfte ungefähr, Pi mal Daumen, bei 1.800 € im Jahr landen. Höher wird es nicht, das heißt, so viel zahlt ihr. Links habe ich nochmal meinen ganzen Stolz aufgelistet. Bei Proven Expert haben wir dieses Jahr schon die Auszeichnung als Top-Dienstleister und Top-Empfehlungen bekommen. Wir haben Handelsblatt ein digitales Geschäftskonto als sehr gut und gut bewertet. Und Business Punk haben wir letztes Jahr auch Top-Konten für Einzelunternehmer gewonnen. Das heißt, das, was wir machen, sehen auch andere, dass das einigermaßen gut und interessant ist, sich anzugucken. Wenn das für euch interessant ist, findet ihr unten in der Videobeschreibung einen Link. Da findet ihr ein paar weitere Informationen. Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, einfach ein kostenloses Informationsgespräch zu buchen. Das heißt, tragt euch da einfach mal ein, quatscht mit uns. Ich kann euch auch tatsächlich empfehlen, das diese Woche noch zu machen. Wir haben jetzt im Januar ist natürlich die höchste Saison, gerade Stolzberater neu zu suchen und so weiter, was am meisten Sinn ergibt, zum Jahreswechsel zu machen. Das heißt, da werden die lieben Kollegen, mit denen ihr sprecht, euch mit Sicherheit einen besonders guten Deal machen können, dafür, dass gerade Jahresanfang ist, erwähnt gerne, dass ihr im Webinar wart und ich gesagt habe, es gibt einen schönen Deal. Aber es ist halt immer individuell, wir müssen bei euch auch immer schauen, wie ist die Situation und so weiter. Aber ihr kriegt einen pauschalen Preis, damit könnt ihr rechnen, damit wisst ihr, was ihr bezahlt. Ich zeige euch einmal ganz kurz, wie sieht das eigentlich aus, wenn man bei uns Mandant ist. Ihr seht, also ihr habt Bankkonto und Steuerberatung in einem. Ihr seht hier oben den Kontostand, ihr seht unten die einzelnen Transaktionen und so weiter, keine Raketenwissenschaft. Hier könnt ihr jeweils gucken, ob ihr Transaktionen noch habt, wo Belege fehlen. Das heißt, das sind dann da, wo noch ein Beleg fehlt. Das heißt, da, wo ihr das bitte hochladen müsst, könnt ihr dann einfach so machen, seht ihr mit Detailansicht und könnt dann hier draufklicken. Wenn ihr das jetzt ganz eilig habt, dann könnt ihr auch sagen, fehlende Belege für die nächste Umsatzsteuer-Fonds-Meldung. Dann könnt ihr euch nur die angucken. Ihr könnt natürlich Überweisungen, also ist halt ein Bankkonto. Ihr könnt hier irgendwie Überweisungen, Daueraufträge, Terminüberweisungen, Sammelüberweisungen und so weiter erstellen. Es gibt auch die Lösung, tatsächlich Rechnungen zu schreiben. Das heißt, ihr könnt auch einfach über Kontist dann eine Rechnung schreiben. Ihr braucht keine separaten Tools mehr. Ihr könnt Kontist als Bankkonto nutzen, ihr könnt das als Rechnungstool benutzen und für die Steuern und die Buchhaltung und so weiter. Es gibt dazu Videos, wie ich das Ganze im Einzelnen erkläre. Es gibt auf diesem Kanal generell auch super viele Videos. Und was dann interessant ist, dass man hier halt einen Kontakt zum Steuerberater hat. Das heißt, ihr seht jetzt, könnt ihr über den Chat schreiben, ihr könnt eine E-Mail schreiben, ihr könnt uns anrufen. Hier könnt ihr die ganzen Belege hochladen, die für die Steuererklärung wichtig sind. Das heißt, alles, was vielleicht auch nicht auf dem Bankkonto gelandet ist, aber auch eure Versicherungen und Außergewöhnlichen Belastungen, also Arztrechnungen und Spenden und alles, was man irgendwie steuerlich abgeben kann. Das ist dann da natürlich sicher, weil das hinter dem Login ist und wenn wir dann mit der Umsatzsteuervormeldung fertig sind, dann kriegt ihr natürlich auch immer eine E-Mail über die Infos. Hier ist es einfach nur als Beispiel und dann könnt ihr hier jeweils sehen, was ihr zahlen müsst und könnt euch dann aber auch hier, ich klicke das einmal an, könnt ihr euch quasi so ein Übertragungsprotokoll anschauen, wo ihr dann seht, das wurde jetzt übermittelt und so weiter. So sieht das Ganze eigentlich aus und wenn da irgendwelche Fragen sind, dann kommt das immer. Ihr habt natürlich zu allen mobile Apps, ich zeige euch jetzt die Browser-Version, weil ehrlicherweise heute war das mit der Technik sowieso schon schwierig genug. So viel dazu, ich schaue auf die Uhr, 18.01 Uhr. Das habe ich fast mit Punktlandung hinbekommen, wie versprochen und jetzt würde ich mich gerne euren Fragen widmen. Vielleicht an dieser Stelle, bevor sich jetzt alle anderen verabschieden, wir laden auf diesem Kanal fünf Tutorials, kurze Videos. Wir haben jeden Dienstag ein Webinar live kostenlos, könnt ihr zugucken. Meistens funktioniert die Technik auch. Ich verspreche es euch, alle Leute, die schon ein paar Mal dabei waren, können das gerne bestätigen, dass das normalerweise echt gut funktioniert. Heute war irgendwie der Wurm drin. Es gibt auch die ganzen Aufzeichnungen, die sind auf diesem Kanal online. Die könnt ihr euch einfach die Aufzeichnungen anschauen. Plus kurze Videos, so fünf bis zehn Minuten, wo wir bestimmte Sachen wie Reverse Charge erklären, wie man in der Klein- oder Nehmerregelung funktioniert, wie der Wechsel von der Klein- oder Nehmerregelung zur Regelbesteuerung funktioniert, Kfz-Versteuerung, Bewirtungskosten, Verpflichtungsmeeraufwand und all dieses Zeug. Das findet ihr alles auf diesem Kanal. Deswegen lohnt es sich unbedingt, diesen Kanal zu abonnieren. Solltet ihr die idealerweise jetzt machen und alle, die jetzt gehen wollen, die sich nicht eure Fragen und meine Antworten dazu anhören wollen, denen wünsche ich euch jetzt schon mal einen schönen Feierabend. Und alle anderen gehen wir jetzt gerne in die Frage-Antwort-Runde. Ricardo schreibt, wenn ich mein Gewerbe im August 2020 als Kleinunternehmer angemeldet habe, aber noch gar nicht mit meinem Online-Business gestartet habe, muss ich dann dennoch dem Finanzamt etwas schicken. Ja, musst du, und zwar im Zweifel, wenn du nichts gemacht hast, einfach ihm mitteilen, dass du nichts gemacht hast. Ist relativ easy. Ich sehe gerade die nächste Frage, was bedeutet Null-Anmeldung? Genau das musst du machen, Null-Meldung. Null-Meldung heißt eigentlich nur, wenn du zum Beispiel LexOffice benutzt, dann klickst du halt einmal auf, also lässt alles leer und drückst trotzdem auf Umsatzsteuervormeldung übermitteln. Das heißt, du übermittelst einfach überall Null. Das heißt, du übermittelst das Formular mit Null, überall Null. Und dann musst du halt auch nichts bezahlen. Das Finanzamt weiß dann aber durch die Meldung, okay, du hast etwas gemacht, du hast es nicht einfach nur vergessen, sondern du hast aktiv etwas übermittelt, aber halt war nichts. Kann ja passieren, ist auch in den letzten Jahren gar nicht so selten gewesen, jetzt mit Corona und so weiter. Bei Gründern sowieso, also bei Gründern passiert das ständig, dass sich irgendetwas verzieht und dann dauert das 3, 4, 5, 6, 7 Monate länger. Das ist vollkommen normal. Kannst du natürlich über LexOffice machen, kannst du über uns machen, kannst du aber auch einfach über L2Online machen. L2Online ist dann immer die Plattform, die gehört direkt dem Finanzamt. Das heißt, da hast du gar keine Kosten, kannst du das auch einfach machen und trägst überall einfach Null ein. Du musst auch eine Steuererklärung machen. Da du gemeldet bist, musst du dann auch eine Steuererklärung machen. Das ist natürlich auch einfach, weil deine Einnahmenüberschussrechnung trägst du auch überall Null ein. Wäre aber tatsächlich, wenn du Anlaufkosten hast, das heißt, wenn du schon mal Werbung gehabt hast oder auf einer Messe zu Besuch warst für Kundenakquise oder keine Ahnung, Visitenkarten gedruckt hast und so kannst du es trotzdem eintragen. Du kannst ja auch einen Verlust machen und kannst den unter Umständen mit anderen Einnahmen, wie deinem Angestelltenverhältnis oder wo auch immer von du gerade lebst, verrechnen. Deswegen mach die Steuererklärung trotzdem, vor allem dann, wenn du Ausgaben hattest. Ja genau, das sehe ich gerade. Da habe ich den zweiten Satz zu spät gelesen und bis wann, auch wenn ich nichts drinstehen habe bzw. ich habe schon Ausgaben, aber keinen Umsatz. Dann bitte unbedingt die Steuererklärung machen. Bis wann? August 2020, 2020, da bist du schon zu spät. Da war die Deadline 31.10. letztes Jahr. Das solltest du so schnell wie möglich machen. Normalerweise ist es immer 31.7. des Folgejahres. Das heißt, für letztes Jahr jetzt bitte bis zum Juli, außer ihr habt einen Steuerberater, der noch ein bisschen länger Zeit hat. Ist es schlimm, dass ich 2021 im August Gewerbe angemeldet habe, aber erst… Ach so, eine andere Frage, glaube ich. Ich glaube nicht von Ricardo, weil ich glaube nicht, dass sie sich zweimal selbstständig gemacht haben. Ist es schlimm, dass ich im August 2021 ein Gewerbe angemeldet habe, aber erst Februar 2022 dann mit dem Business anfange? Nein, das ist überhaupt gar nicht schlimm. Das ist genau der gleiche Case. Das ist überhaupt nicht schlimm, aber du musst für 2021 halt trotzdem Buchhaltung, also Umsatzsteuervoranmeldung, Steuererklärung usw. machen, trägst aber halt einfach null ein. Das ist dann erledigt. Das ist aber überhaupt gar kein Problem. Also, um ehrlich zu sein, ist es eher selten, dass man in der Gründungsphase genau zu den Terminen das macht, was man sich vorgenommen hat. Es dauert in der Regel alles sehr, sehr, sehr viel länger. Und das sage ich, weil ich habe fünf Unternehmen gegründet. Davon sind drei noch aktiv. Deswegen ist es sehr selten, dass man in der Gründungsphase alle Zeitpläne einhält. Nächste Frage. War das mit der Umsatzsteuererklärung für kleine Unternehmer schon immer so? Ja, war tatsächlich so. Ist auch ein Riesendrama, weil das Vergessen selbst Steuerberater ständig. Ihr müsst als Kleinunternehmer eine Umsatzsteuererklärung machen. Die ist auch sehr, sehr einfach, weil ihr euren Umsatz eintragt und ihr müsst irgendwo ein Fältchen, im Internet klickt ihr einmal drauf, auf Papier macht ihr einmal ein Kreuz, ihr wart Kleinunternehmer. Aber die Kleinunternehmerregelung dürft ihr halt nur in Anspruch nehmen, wenn ihr unter bestimmten Umsatzgrenzen seid. Meistens immer 22.000 € im Vorjahr. Wie soll das Finanzamt denn wissen, ob ihr noch unter diesen Umsatzgrenzen seid, wenn ihr den Umsatz nie mitteilt? Diese Mitteilung des Umsatzes passiert halt gerade mit der Umsatzsteuererklärung. Deswegen müsst ihr unbedingt eine Umsatzsteuererklärung machen. Und ich weiß ernsthaft, dass vergessen regelmäßig viele Steuerberater und das ist ein absolutes Unding, war aber schon immer so. War bis 2016 Kleinunternehmer, kann mich aber nicht daran erinnern, jemals eine Umsatzsteuererklärung gemacht zu haben und es hat sich keiner beschwert. Dann hast du tatsächlich einfach Schwein gehabt. Kann man nicht anders sagen. Ehrlicherweise ist man als Kleinunternehmer nicht immer so super in der Risikogruppe, weil man zahlt halt nicht viele Steuern und das Finanzamt weiß auch, okay, da können wir auch nicht viel reinholen und so weiter. Da wird dann ein bisschen großzügiger darüber hinweg gesehen, aber ja, unbedingt. War schon so, muss auch so, denn du hast einfach Schwein gehabt. Gut ist, also was soll denn auch jetzt noch passieren? Also das Finanzamt kann zwar 10 Jahre zurückgehen, aber was sollen sie denn sagen? Du hast eine Umsatzsteuererklärung, jetzt gibst du die Nummer ab, aber es entsteht ja eh keine Steuer. Also du musst ja keine Umsatzsteuer zahlen, du musst nur die Erklärung abgeben. Das heißt, es gibt nahezu kein Risiko für dich. Sandy schreibt, kann man bei Kontes mehrere Konten öffnen? Ich will unbedingt mehrere haben, aber bei N26 geht das zum Beispiel nicht. Ja, Sandy geht. Du musst halt unterschiedliche E-Mail-Adressen benutzen, aber du kannst mehrere Konten öffnen. Das geht ohne Probleme. Klaus schreibt, Gehalt ist dann Einnahmen aus unselbstständiger Arbeit bei der Einkommensteuererklärung. Nein, deswegen habe ich immer gesagt, sowas wie Gehalt, das ist tatsächlich auch einfach. Also in eurer Buchhaltung tatsächlich ist es dann halt einfach der Gewinn aus selbstständiger oder gewerblicher Tätigkeit. Hier geht es mir nur um das, wie du kalkulierst und irgendwie dein Selbstbild dem gegenüber. Darum ging es mir. In der Steuererklärung ist es dann tatsächlich Einkünfte aus selbstständiger Arbeit, dein Gehalt. Das ist halt per Definition nicht kein Gehalt, sondern ist eine Privatentnahme, aber man sollte es so behandeln wie Gehalt. Babe D schreibt, Ist es in Planung, dass neben Rechnungen auch Angebote in Contest erstellt werden können? Das diskutieren wir tatsächlich immer mal wieder, kann ich dir aber jetzt gerade so genau gar nicht sagen. Kann ich gerne nachfragen oder du schreibst tatsächlich einfach mal eine E-Mail an support.contest.com, auch dass du es dir wünschst. Wir sind immer interessiert an irgendwelchen Vorschlägen und so weiter, halten uns daran auch sehr, sehr gerne. Deswegen schreib uns sehr, sehr gerne. Ich nehme das natürlich jetzt auch auf und gebe das mal weiter. Wenn es viele wollen, dann wird es halt gebaut. So ist das. Das heißt, wir richten uns dann auch sehr nach dem, was gerade so Kunden wollen. Nächste Frage. Ich bin Grafik und Webdesignerin. Wenn ich nun zusätzlich in einem Onlineshop zum Beispiel gedruckte und digitale Produkte verkaufen möchte, muss ich das dem Finanzamt an- bzw. ummelden. Es kommt darauf an. Nur weil du jetzt etwas anderes machst, also es ist ein bisschen abhängig davon, wie du registriert bist. Wenn du Freiberuflerin bisher bist, verkauft generell von Produkten. Das heißt, wenn es mehr in eine E-Commerce-Richtung geht, dann kann es sein, dass du gewerblich wirst. Dann müsstest du eventuell neben deiner Freiberuflichkeit noch einen Gewerbe anmelden. Dann musst du nicht nur zum Finanzamt gehen, sondern auch einen Gewerbeschein beantragen, also beim Gewerbeamt. Weiß ich jetzt natürlich nicht, ob du Freiberuflerin bist oder Gewerbetreibende. Wenn du sowieso auch schon gewerbetreibend bist, dann musst du eigentlich nichts machen, dann mach das einfach mit. Aber auch generell würde ich sagen, nur weil du es vorhast, musst du dir jetzt noch nichts melden. Ich würde immer sagen, mach es, probiere es aus, zeig, dass du damit Geld verdienen kannst. Also dir selbst, dass das funktioniert und wenn es dann funktioniert, dann kannst du hingehen. Wir reden ja über, du machst die Steuererklärung für ein Jahr. Das heißt, es ergibt jetzt keinen Sinn, dass du… Ich sehe bei vielen Selbstständigen so im voraushaltenden Gehorsam halten sich unglaublich viel bürokratische Arbeit auf und am Ende funktioniert es gar nicht genau so, wie man sich das vorgestellt hat. Deswegen würde ich erst einmal sagen, mach es erst einmal, bring es ins Laufen und wenn du siehst, das ist tatsächlich ein interessanter Case, dann kannst du darüber nachdenken, ob du da vielleicht etwas ummelden musst. Hier an dieser Stelle ist wirklich ein wichtiger Punkt, wenn du Freiberuflerin bist, dann musst du wahrscheinlich etwas machen, aber das ist tatsächlich ein bisschen mehr, als einfach nur sich beim Finanzamt umzumelden. Wenn du sowieso schon Gewerbetreibende bist, dann würde ich an deiner Stelle nichts machen. MR schreibt, macht ihr auch Anlagenverhaltung, das heißt die Abschreibung über die Jahre und auch Investitionsabzugsbetrag in der Buchhaltung? Aber selbstverständlich eher mehr. Also Anlagenverhaltung sowieso. Das heißt, wenn du eine größere Anschaffung hast, dass wir das über mehrere Jahre verteilen, machen wir hundertprozentig. Investitionsabzugsbeträge dabei berücksichtigen, machen wir auch. Das Einzige, was wir nicht machen, ist, wir machen es nicht in der Buchhaltung, sondern Investitionsabzugsbetrag machst du meistens in der Steuererklärung. Das heißt, wenn du am Jahresende die Steuererklärung soweit fertig hast und siehst, dieses Jahr zahle ich ein bisschen mehr Steuern, vielleicht kann ich das durch einen Investitionsabzugsbetrag reduzieren. Das heißt, diesen Gesamtüberblick über ein Jahr hat man meistens nicht in der Buchhaltung, sondern wenn man die Steuererklärung macht. Deswegen machen wir ja, aber nur nicht in der Buchhaltung. Aber die Anlagenbuchhaltung machen wir tatsächlich auch einfach laufen. Sobald du irgendein Investitionsgut hast, schreiben wir es ab. Und auch wenn du neu zu uns kommst, dann wird eine der ersten Fragen sein, was hast du denn da so noch im Anlagevermögen, dass wir das auch aufnehmen und berücksichtigen können. Nächster Kommentar. Würde mir bessere Rechnungen wünschen, ist schon sehr spartanisch die aktuelle Variante, z.B. Kunden anlegen und wiederverwenden, statt immer eine alte Rechnung zu kopieren. Hast du absolut recht, liegt daran, dass das Feature noch gar nicht so alt ist. Tatsächlich gab es auch schon zwei, drei Updates. Das wird definitiv alles kommen. Also das, was du gesagt hast, so mit Kunden anlegen und so weiter, das wird definitiv kommen. Das liegt tatsächlich daran, weil das Feature noch relativ neu ist. Das wird Stück für Stück denn noch besser gemacht. Das ist tatsächlich, wie du sagst, spartanisch, ich nenne es gerne rudimentär. Man kann damit Rechnung schreiben und das Geld kommt. Das ja, es gibt schönere Rechnungstools, um es mal so zu sagen. Es ist aber auch wirklich ein Zeitprojekt. Das ist für alle anderen auch interessant, die es noch nicht nutzen konnten. Das ist in erster Linie tatsächlich bei Premium, also bei dem Konto dabei. Das heißt, ihr müsst da kein Steuerprodukt, das ist für 9 € im Monat, könnt ihr halt auch Rechnung schreiben. Das ist für diejenigen, die halt schnell eine Rechnung schreiben müssen. Dafür ist das gut. Wenn ihr irgendetwas Schönes braucht, verweise ich liebend gern Richtung Next Office. Wie lange dauert es, wenn man eine Rechnung an Belege at Contest schickt, bis das Konto eingetragen wird? Habe vorgestern da was hingeschickt, ist aber immer noch nicht eingetragen. Heieiei, normalerweise geht es schneller. Das Feature ist ganz neu, also wirklich ganz, ganz neu. Es war in der Testphase, war das auch in den letzten Wochen schon ausprobiert. Jetzt so public veröffentlicht haben wir es, glaube ich, diese Woche. Ein paar einzelne Leute hatten das dann schon. Deswegen kann ich dir jetzt keinen Durchschnitt zeigen, aber das sollte deutlich schneller gehen. Ich weiß nicht genau, warum das nicht zugeordnet werden könnte. Es wäre super nett, also würde es dir und uns helfen, wenn du kurz in der Contest App im Chat einfach mal kurz schreibst und genau die gleiche Frage stellst. Wie lange dauert das? Und so weiter. Dann können wir uns das nämlich mal angucken, ob da alles in Ordnung gegangen ist und du kriegst eine Antwort. Ich kann jetzt natürlich jetzt gerade hier nicht ins System gucken, möchte ich auch nicht, abgesehen davon, dass ich deinen echten Namen auch gar nicht kenne. Das wäre klasse, du würdest dir eine Antwort verschaffen und uns wahrscheinlich helfen, dass wir nochmal das System auch angucken und so weiter. Also das ist wirklich ganz neu, dass ihr es einfach weiterleiten könnt. Ich bin freiberufliche Übersetzerin und Sprachtrainerin. In welchem Fall müsste ich ein Gewerbe anmelden, wenn ich zum Beispiel eine Sprachschule oder ein Übersetzungsbüro eröffnen würde? Eine sehr individuelle Frage, wo ich auch deutlich mehr Kontext brauche. Das kann ich jetzt aufgrund von der Einsatzfrage oder Zweisatzfrage leider so nicht beantworten. Schau unbedingt erstmal bei uns auf dem Kanal. Ich habe das einmal, da gibt es ein Video dazu. Oder Michelle, vielleicht suchst du das kurz raus. Freiberuflichkeit und Gewerbe, postest das einmal in den Chat. Das wäre hervorragend. Schau dir das mal an. Wenn das das nicht beantwortet, dann solltest du unbedingt mal mit jemandem reden, also wenn das ein konkreter Plan ist, mit einem Steuerberater reden. Wir können dir natürlich auch helfen. Björn schreibt, wann ungefähr wollt ihr was für Bilanzierer anbieten? Da war doch was in Planung. Björn, ich habe schöne Nachrichten für dich. Haben wir schon. Wenn du Interesse an unserem Service hast, melde dich einfach mal an und sag, du bist Bilanzierer. Du fliegst nicht mehr raus aus dem Prozess. War es tatsächlich am Anfang so? Wir haben das noch nicht so offiziell ganz groß in die große breite Masse verkündet und publiziert usw. Es geht aber. Also wir können es seit November, also noch nicht so wahnsinnig lang, aber wir haben im Hintergrund unser ganzes Backoffice, Buchhaltungssoftware usw. erweitert. Das heißt, wir können auch gut Bilanzierer abbilden. Das heißt, du kannst dich einfach anmelden. Wir nehmen dich sehr gerne und du bist herzlich willkommen bei uns. Es wird tatsächlich nicht so ganz öffentlich groß, auf Webseiten angeteasert und so als neues großes Feature released usw. Aber mach mal. So, Sandy schreibt, bekomme ich bei Contest eigentlich eine Meldung, bevor ich auf die Steuerrücklagen zugreife, weil bei Deins beispielsweise nichts mehr übrig ist? Ist es richtig voneinander getrennt oder nur visuell? Beides. Es ist visuell getrennt und du bekommst aber trotzdem, und das kann ich aus einer Erfahrung sagen, wenn du Geld ausgibst, was mehr aus Deins ist, erinnert dich die Contest App, dass du jetzt gerade Geld ausgibst, was du eigentlich für die Steuer zurücklegen kannst. Wir wollen dir das nicht verbieten, weil du zahlst deine Steuern ja unter Umständen erst mit der nächsten Steuererklärung. Und wenn du jetzt keine Ahnung verletzt, also es kann ja auch noch über ein Jahr hin sein. Und es ist ja auch okay und ein gutes Recht, tatsächlich dann dieses Geld auszugeben. Das ist ja dein Geld. Und in der App siehst du dann so einen Banner, zum Beispiel bei VAT, diesem Konto fehlen noch 500 €. Das heißt, du siehst auch, wie viel du quasi im Minus bei dir bist. Aber du kannst es ausgeben und du kriegst aber auch bei jeder Überweisung den freundlichen Reminder, dass das nicht zwingend eine gute Idee ist, dieses Geld auszugeben. Native schreibt, ich frage mich halt, ob da etwas falsch gemacht habe oder ob das bei euch noch irgendwo hängt. Genau deswegen würde ich dich super bitten und würde es mir persönlich auch wirklich einen großen Gefallen tun, wenn du uns mal kurz schreibst, denn dann können wir uns genau das anschauen. Und deswegen meine ich, du hilfst uns dabei und du kriegst eine Antwort. Sascha schreibt, ist eventuell ein Zeiterfassungstool geplant, sodass es zum Beispiel auch einfacher über Contest Rechnungsstellung genutzt werden kann. Als Freelancer ist das oft notwendig. Ein eigenes mit Sicherheit nicht. Also das heißt, Zeiterfassung, wir gucken da immer mal wieder. Was interessant wäre, sind so Integrationen. Also wenn, keine Ahnung, ich weiß nicht, was benutzt du? So Toggle oder sowas, wenn man dann Integration macht und dass man so einen Klick übertragen könnte und sowas. Das halte ich auch für interessant. Ich glaube nicht, dass wir jetzt auch tatsächlich noch, also das halte ich für, also ich will nichts komplett ausschließen für die Zukunft. Wie könnte ich auch, aber es ist tatsächlich unwahrscheinlich, dass wir das sehr zeitnah machen. Eher sowas wie Integration und so weiter. Aber auch dann wäre natürlich interessant, welche Tools so genutzt werden. Willi schreibt, kann ich ein Gewerbe rückwirkend anmelden, bin mir dann nicht sicher, ob die Tätigkeit als Gewerbe eingestuft wird. Coaching mache ich seit September 2021 gegebenenfalls einfach als Einkünfte es Freiberufler angeben. Man kann das auch umtragen, also vor allen Dingen dann, wenn du die Steuerklärung noch nicht abgegeben hast, dann ist das überhaupt kein Problem. Und wenn du jetzt gerade erst, das ist ja noch nicht mal ein halbes Jahr her, gegründet hast, kannst du das ohne Probleme umändern und müsste es dann in der Steuerklärung erst anders angeben. Aber auch da für die Einstufung unbedingt das Video einmal anschauen, wenn du dazu dann noch zusätzliche Fragen hast. Ich bin mir nicht ganz sicher, du warst glaube ich schon häufiger, ich weiß nicht, ob du Mandant bist oder nicht. Ich habe das Gefühl, dass ich deinen Namen schon ein paar Mal gesehen habe, aber vielleicht irre ich mich auch vollständig. Das heißt, das solltest du bitte herausfinden, bevor du deine Steuererklärung für 2021 machst. Kannst du aber dann auch tatsächlich relativ problemlos machen und da gibt es auch keine weiteren Konsequenzen. Das kommt immer mal wieder vor. Manchmal ändern sich auch Geschäftsmodelle, gerade wie, was war das, Grafikdesignerin und so. Dann erweitert man sein Geschäftsmodell und dann wird man plötzlich von Freiberufler zu Gewerbe betrifft. Sowas kann immer mal passieren. Man kann auch in der Gründung denken, ich arbeite rein freiberuflich und dann später merken, eigentlich ändert sich das Geschäftsmodell doch und jetzt bin ich eher gewerblich tätig und so weiter. Das heißt, das kann man beim Finanzamt umändern. Christian schreibt, die Software kann ich auch in Österreich verwenden. Christian, es tut mir aufrichtig leid, aber aktuell noch nicht. Tatsächlich, weil das ausgelegt ist, also grundsätzlich klar. Aber wir sind aktuell rein auf dem deutschen Markt spezialisiert und machen auch die ganze Aufstellung und so weiter, alles was wir machen nach deutschem Steuerrecht. Deswegen wirst du da nicht glücklich werden, auch weil ihr in Österreich ja andere Steuersätze habt. Also Umsatzsteuer, ich weiß es gar nicht, sind 20 und 10 % oder die sind nicht in der App. Das heißt, du würdest da nicht besonders glücklich werden bei uns, leider. Das kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass das irgendwann kommt. Aber auch das wird nicht dieses Jahr passieren. Janik schreibt, Serienrechnung und Lastschriften ist das, was mir noch fehlt bei euch. Ansonsten sehr zufrieden mit dem Steuerservice. Janik, es freut mich sehr, dass auch hier Leute dabei sind, die noch fehlen. Janik, auch da, wir priorisieren das, was wir bauen, tatsächlich auf dem, was Kunden sich wünschen. Ihr werdet lachen, aber wenn ich in den Terminen sitze, wo wir darüber reden, was wir alles machen können wollen, dann hat meine Stimme tatsächlich weniger Gewicht, als wenn du uns eine Nachricht schicken würdest. Auch einfach über den Chat, da wird das intern einfach getaggt und dann an das Produktteam gegeben, hat deine Stimme tatsächlich mehr Gewicht als meine. So traurig, wie das manchmal ist für mich, aber wir bauen es halt für euch und nicht für mich. Björn schreibt, wenn ich mehrere Einkommensquellen habe, auch freiberuflich und selbstständig gemischt, dann am besten mehrere Konten oder reicht eins für alles. Wenn du tatsächlich mehrere Steuernummern hast, also auch mehrere Gewinnermittlungen brauchst, dann würde ich dir immer empfehlen, mehrere Konten aufzumachen. Das heißt, pro Selbstständigkeit ein separates, aus den gleichen Gründen, warum ich es empfehle, ein separates Geschäftskonto zu haben, das tatsächlich klar sauber zu trennen. Bei uns auf jeden Fall, aber auch in deinem Interesse, weil du solltest das nicht in einer Buchhaltung machen. Das führt zu Ärger, früher oder später. Wunderbar, wenn es das von eurer Seite war, dann war es das auch von meiner Seite. Vielen, vielen Dank euch, schön, dass ihr da wart. Ich wünsche euch einen grandiosen Abend. Wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder und dann bis dann. Ciao, ciao!